Herzlich Willkommen zurück. Heute. Video. So Leute, wenn ihr uns kostenlos unterstützen wollt, dann ist es gerne in einem Shop. Den Creator-Code sofort und gleich steht TV. Dann auf Annehmen drückt man dann Unterstützung uns kostenlos. Und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. Ja, der Waschbär ist wieder da! Wir heute haben 29. Daily Shop vom 29. Halloween steht vor der Tür. Ich sage nur, er gleich denkt immer noch, Halloween ist am 30. Nein, das habe ich jetzt inzwischen auch verstanden. Ja, Halloween ist am 31. Ich gehe mich vergraben, ich weiß, ich habe echt... Hey Leute, also ehrlich, ohne Flachs, vor ein paar Tagen hat es hier an der Tür geklingelt. Waren drei Kinder auf dem Fahrrad vor der Tür gestanden und haben gesagt, süßes, sonst gibt es das aus. Ich gucke die an und so, äh, so wie jetzt? Ja, süßes, sonst gibt es das aus. Ich so, äh, ist doch noch gar nicht Halloween. Doch, ich so, ne, och menno, ob ich trotzdem Süßigkeiten hätte, habe ich mein, verschwindet hier. Ich habe sowieso nichts, gibt es dann an Halloween. Leute, wenn hier mal ja gleich an der Tür klingelt, verschwindet, ich habe keine Süßigkeiten. Nein, ich war ja nicht böse. Clever sind sie, ich sage, clever hier. Einfach mal so an der Tür klingeln süßes, sonst gibt es auch so. Wenn ihr Glück habt, dann checkt ihr einiges nicht. Und dann denkt sich, oh, kross, habe ich Halloween verpasst, was los? So, also, Windig 200 Bivas. Das denkt sich, glaube ich, keiner außer du. Ne, so, Herr Gleich, ich denke, der einzige Mensch, der denkt, Halloween ist am 30. So wie der stand, ich da so, hü-hü-hü-hü-hü-hü-hü-hü-hü-hü-hü-hü-hü-hü. Ich fand mich eins, aber wie, what the heck? 47. Mir ist sowas noch nie passiert. 34, ich habe mich bewertet, aber ich sage einfach, ja, jetzt komm heraus. 6 von 10. 4,075 bei 14 Waus, das ist noch mehr zu, was noch zum Schock und wir sind fünfmal für meinen, das. Boxenstopp. Boxenstopp. Whiplash finde ich ein bisschen besser. Zoom mal an die Lady GFM 7, 8, 7, 8 von 10. 3,835 bei 81.2. Das ist am 3. April 2018 ein Stopp gewesen, seit dem 31 Mal und 12. Whiplash. Oh nein, mach das weg. Das geht mir nicht mehr aus dem Kopf raus. Leute, ehrlich, kennt ihr das? So Dinge, die sich so in die hinteste Synapse reingraben und die kippt sich nicht mehr aus der Birne raus. Dazu zählt das. Ei, 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 ei. So renne ich jetzt die nächsten Tage wieder um. Ei, 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 ja. Für 500 Vimax das Teil geht von mir 10 von 10. 10 von 10? Ja. Von mir auch. Hey, hey, hey. Was ist mit dir passiert? 4,2 5, bei 41.017. Dezember 2008 im Shopkundesend, 9 mal in 28. Überlebenskünstler, das ist mit richtig altes Kind. Richtig altes Kind. Richtig altes Kind. 12 von der Biwax. Na, so lange es ist es. Oh, 19 Tage. Ja, so lange es ist nicht. So, so lange es ist nicht. So, so mal an Überlebenskünstlerin ran, Finchkan, die mit dem toten Kopf da auf dem Pulli da drauf. Kriegt von mir 7.4.315.265. Wo es den 5.017 im Shop gewesen ist, 31 mal an 28 mal an. Dann haben du hast den Rülpser vergessen. Was los mit der Rülpser und Zaubermacht und so... Kannst du brain, was wir überrascht waren? Also, das sind wir beide? Bäääääh!? Das könnten wir beide sein? Das können wir beide sein erst mal sport machen dann noch die burpees danach zu viel wasser getrunken eine neue persönliche rekord bei den burpees kriegt von mir ja 6 von 10 mir 18 es war der falsche burpee 3,25 bei 9 so dann kommen wir zu den ganzen zombies zu den ganzen zombies und die haben wir schon bewertet schon bewertet und da haben wir jetzt eine benotung und ausgesucht von einem der skins einfach einen random genommen und dann haben wir noch mal 2435 bei sie wort zum erstmal so jetzt kommen wir zu pest und geißel die geißel für 15 wie wachs scourge mit dem rahmen schnabel zeit meines backpacks das alchemisten backpacks da ihr wohl finde ich ich finde scourge cool und ich habe mir auch von 10 435 bei 78 wo es hat man zeugt noch über das nach dem schocken wie sein elf mal noch mal macht und ich finde es cooler kriegt von 1 10 von 10 9 von 10 die 365 bei 67 wo es ist ein oktober so dass dann schon gewesen im elf mal sagen wir mal den umhang und soja das sieht cool aus herr und starb herr und starb kriegt von mir reaktive picke sieben von zehn sieben von zehn drei mal so viel fünf bei 21 wo es ist ein solches oktober 2018 schon gewesen sein elf mal 15 mal das lampenlicht lamp light geht von mir ist eigentlich ein standard gleiter finde ich will drehen mal ganz kurz und ich finde den eigentlich ganz cool dafür dass es ein standard leiter es geht auch von mir 7 von c3 bei 20 wo es ist ein zeichnung oktober 2018 shop gewesen sondern elf mal so jetzt haben wir schon zu den neuen eigens erstmal zum kürbiskübel kürbiskübel zeigt den mal richtig also sagen wir so das ist halt überteuert den müssen 6 das heißt für 6 euro komisch auf der auf der place hier ist der winkel anders das ist immer den 6 euro ist so ist das ja wirklich ja schon cool aber manche kaufen sich dafür ein päckchen zigaretten so genau also ich finde den kürbiskübel das ist deutlich gesünder sich das ding da hinten auf das kind drauf zu machen ja so zeige ein grausiges grinsen kriegt von mir 7 von 10 18 so leute wenn jetzt koop bei einem boden dann war das äh raptor jetzt kommen wir zu dem neuen ja sowieso schon da hier ich mag ja den raptor so oh mein gott zeigt und dreht ihn mal ein bisschen auf ich mag ja den raptor sowieso also ich meine güte sieht das teilt ey warte mal zeig mal zeig mal die sind da solche leuchteffekte drauf auf dem drehen mal ein stück sind dann nach hinten noch das ist ein krass ok ja cool irgendwie der raptor dreht ihn wieder mal bitte nach vorne sieht schon geil aus oder also deutlich besser als der normale raptor oder verpfandest du den normalen rap da ist also so also ich war jetzt nie ein großer fan von dem raptor aber der teil finde ich cool krieg von mir 9 von 10 jetzt kostet das gleiche 165 bei 199 wozu 14 jahre so dass er schon gewiesen dann 28 33 übrigens er kostet nicht nur genau das gleiche und du hast direkt beides dies ha 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 ja natürlich übrigens bei der way so bei der kurze vorgleich die tv andere youtuber die bewerben hunderttausend mal ihren code wir machen das jetzt genauso jetzt haben wir die verstanden sofort gleich die dv eintragen so wollte gleich dv eintragen so voll gleich dv eintragen wenn du so weiter machst tragen die party ist gemacht haben uns gleich wieder raus so macht es nicht gut ist der shop kriegt von mir loben wir haben die zaubermacht vergessen oh mein gott zaubermacht fehlt noch jahre denkt 9 von 10 neue styles naja seitdem es ja ja diesen feuerdings gibt die alter ja ja wusstest du das nicht noch ein eine kleine klare dass meine neue picke so klar es ist geil geil man ja 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 neun von 10 jahr 10 von 10 kommen auch nicht einfach krass so jetzt muss ich ja noch bei 16 november das war zum schocken wir sind elf mal und fertig mal jetzt muss ich ja noch gucken was 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 geguckt nummer einen shop rein lauf also wir haben den raptor der school kürbis kürbis ganz ganz okay ganz cool peste und geißel geil ich für ich finde persönlich die zombies cool überlebenskünste habe ich aber nicht mal ich mag es ja eigentlich aber auch nur wegen walking dead bei walking dead ist ja geil und alle leute übrigens wenn wer wissen will was wir an serien empfehlen können walking dead ero game of game of thrones breaking bad breaking bad ich finde auch flash cool muss ich sagen ja ich finde flash ja gut ja so dann 24 24 eine der geilsten serien die ich überhaupt kenne fällt mir noch irgendwas ein ich bin gerade ich kann ja ganz gucken nein jetzt lass uns ich kann ja mal ganz ich kann ja mal ganz uns eben live hier gucken was hatten wir hier noch der level ja finde ich aber jetzt gehört aber für mich nicht zu nehmen ja eine der geilsten also wenn es euch gefallen ist mir gerne download und da schon was ich nicht getan und bis dann und tschüss